Peace, meine Freunde, herzlich willkommen zu neuen Videos auf meinem Kanal, Karbonal Neustadt, ähm, ähm, wir sind heute Polizist, ähm, ja, von sowas gibt es jetzt 10 Folgen, das ist ein neues Format zu sehen, ähm, unsere Karriere als Polizist, ja, die Idee ist mir selber angefangen, tatsächlich, joint gerne meinen Discord, mein Discord-Name ist unten in Überschreibung, da könnt ihr mich adden, und ich tue dann euch in meinen Discord-Annamen, weil der Link tut die ganze Zeit veralten, die ganze Zeit, ich weiß nicht, wie man ein für immer machen kann, Ich weiß es nicht, Alter, er rammt noch voll weg, dieser VIP-Menschen, ähm, ja, dieses Video seht ihr am Donnerstag gerade, hoffentlich, sonst ist irgendwas schiefgelaufen, äh, ja, Am Mittwoch, wo dieses Video gedreht wurde, habt ihr ein Gun Abuse Video in einer Stunde, also für mich gestern gesehen, ja, ihr habt es gestern gesehen, und, ja, ähm, auf jeden Fall, Gun Abuse zu erklären, wieso man es nicht tun sollte, ne, Leute, dies kommt am Mittwoch, hab noch umentschieden, weil Gun Abuse ist jetzt nicht so ein richtiges Berlin-Video, also machen wir drei heute, drei ganze Videos, ähm, dies ist vor dem Gun Abuse Video, das dann bisschen schief, die in der Stunde, wenn ihr das seht, los, wie ich schreibst, sie los, Alter. Junge, was ist dich, mach mal, mach mal Rettungsgasse, mach mal Rettungsgasse, alter, die Polizei macht keine Rettungsgasse. Und du, ach, scheiße. Also als Polizist hat man wirklich immer was zu klotzen. um ja ok annehmen und es ist ich habe erweckt ein anderes weiß ich jetzt schon wie er schon fährt auch nur weil es den Leuten Spaß macht ja alter dann mach ich halt für den Platz ach dann fahr mich halt über den überhol ich jetzt eh alter es passt in mich rein ja man sieht er kann einfach nicht fahren und ich bin auf meiner Spur falls ich Lex hab oder er Lex hat so bremsen wieder ja mhm heute noch kein Einsatz so wird schon grün perfekt heute hatten wir noch kein Einsatz zum Glück mhm naja fahren wir mal zu keine Ahnung so gehen wir mal ab ich weiß noch nicht was wir heute machen sollen aber ich mach es so ich wünsche dir gibt es mir 10 Wünsche 100 Wünsche sorry ähm ja moin ja gut ich bin Profi er fällt nur hinten drauf und da fährt noch ein Eumel auf Gas geben Junge er hat er hat Blaulicht und du fährst einfach vor ja sage mal ich glaube es hackt Blaulichtautos haben Vorfahrt Leute auch wenn es meistens Blaulicht auf Spaß ist Blaulichtautos haben Vorfahrt ich geh mal mal nach Hause so da wurde gehupt ohne Grund das hat der gehupt jetzt ne wir haben kein Haus weil ihr mein Haus schon wieder weggeschnappt habt boah da hat er kommt einer in Berlin immer gewöhnt das sieht doch schön aus dort das sieht schön aus den schönen ich fand die alten schöner ernsthaft jetzt was sagt ihr dazu um keine Ahnung was wir reden wollen was ist da hinten los komm wir ziehen mal einfach einen raus Leute wir ziehen jetzt einfach einen raus was ist hier los ach niemand drinnen toll na toll so wenden wir hier dann suchen wir uns mal einen raus und sehen ob wir auch einen finden wir gehen in Spawn immer gerne einen zum anderen raus ziehen und dann hier ablegen und dann hier ablegen ja hier dann noch so witt äh was meinst du Freunde ohne Witz schreibt noch an ihr seid Fan weil ich mach mir nur einen Spaß draus wenn ihr noch anschreibt dass ich nicht der Steve bin dann mach mir nur einen Spaß draus und im Witz ihr müsst ich für einen Fan schreiben weil das ist mein Code keine Ahnung ich mach mir da wirklich Spaß drauf ich mach mir da wirklich Spaß drauf ähm oh Gott Leute ich hab Angst jetzt jetzt guckt der sie der sie ist bestimmt wie nochmal der Name von dem Typi war was soll die Scheiße ey also Leute ihr seht ich mach das wenigste VRP ja sorry Hupen bringt auch nix nur dass ich auch Hupen ich sehe den jetzt raus ach scheiße schade der ist schon tot ich nehme den Poster der Poster der Poster der Poster der Poster der Poster ok ich glaub hier ist nicht mehr zuhause ich glaub irgendwie ja ja es tut mir so leid sie ist gegangen hatte ich jetzt auch noch nie also so peinlich muss jetzt auch noch einen wieder nicht sein oh hab einen hab einen hab einen hab einen da hab ich doch einen ach ne ah doch ist mit blaulucht aus wieder ja ok denn geh doch zu netto Junge was macht er zum Martin dieses Horn ist so schlimm mit dem alten Auto fast immer noch und es leckt aus dem Weg fahren ja Hupen halt was ist das 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 kann alle anderen wieso ich überholt auf dem schritt ja jetzt jetzt das das ist vrp und du kleiner ja guck Leute das ist vrp jetzt muss ich halt das Hitbox auch er laggt mich schade ich wollte jetzt durch seine Hitbox hin wegrammen aber er laggt mich er hat einen guten Pin ich denke ich bin kein Profifacher oder was bin ich auch nicht ja weg ist er danke er ist von der MIP runtergefahren irgendwo ist jemand gestorben ich sehe dich da mal ich das hier hier da wo las hier das hier das ja leute jetzt will er mich treuen so lustig ist er jetzt fährt er gerade aus ne tut er nicht doch doch tut er aber klar Achtung, Achtung, hier steht die Polizei, bitte sich klar auf den Boden, die Hände hinter den Kopf, widerstanden ist ein Klob. Ja, komm. Ja, es bringt nichts, wenn ich es anhabe der Woche. Shit! Ich sag nix. Junge, schon wieder der! Alter! Oh, der vorne ist gerade eng gescheppert. Was ist da vorne jetzt los? Ja. Ja. Pyramide, Pyramide, Pyramide. Ne, haben, doch, haben wir, ne, scheiße. Ich leg. Doch, wir haben ihn. Ah, er ist gelieft. Death. Ne. Das habe ich jetzt von den Luzi da nicht erwartet. Das war mal der Einsatz. Ja, Einsatz. Das war der Einsatz. VWP, es wird reportet. Ich bring gerne VWP-Reporten. 107 Luzi. Kommt mir bekannt vor. Bestimmt jemand, der VWP bei mir reinschreibt. Wie alle die VWP machen. Achtet mal auf euch selbst. Selber. Sehr, selber, Leute. Wie viel VWP ihr macht. Klar machen VWP. Muss man gar nicht schreiben. Jeder macht VWP. Aber, auf jeden Fall, war es das mit dem Video. Habt noch einen schönen Tag. Tschö. Mit, köh. Bis zum nächsten Mal.